So, dann sind wir wieder zurück zu Minecraft Together. Herr Blaze und die Riga sind jetzt weg und wir sind trotzdem immer noch da. Hallo! Zusammen mit Saiko, Hamster und dem da, den Rico. Ey, was heißt da, dem da? Wir gehen nach hoch. Wir haben einen Plan, wir suchen einen neuen Shunk. Und wenn das kommt, wird es schaffen. Ich warte darauf, dass Hamster stolpert. Nee! Mega leck! Skaz! WTF! Ich brenne, ich brenne! Nein, ich hab dich weinig geschlagen! Gut, dass wir da nicht mitgegangen sind. Okay. Gut, dass wir da nicht mitgegangen sind. Deshalb wollte ich da nicht mitgehen. Ähm... Das war... Was bist du in der Hölle? Pass auf, die ich weinig verlöse. Oh, nee. Nee, vergiss es. Guck mal unten rein. Ja, was macht denn der? Ja, warum? Das ist von dir geläftet. Ja, ich hab ihn gekickt. Das hab ich. Nee, er ist so davor geläftet, bevor du ihn gekickt hast. Gut. Er hat wahrscheinlich wollen bauen. Ja, er weiß aber, dass das nur eine Aufnahme sind. Naja, aber... Diesen Nachdenken kann man auch machen. So, was weiß ich was, ich warte. So, wer geht denn hier jetzt in der Höhle? Äh... Hamster, bist du schon wieder da? Hm, ich laufe da grad, die Treppe auf. Ah, ich sehe mich nicht, ich hab nur gesehen, dass die Kiste aufgeht und zu. Uh. 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 Ja, das geht's bis hier. 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 Riko, ich hab ne Idee. Komm hoch, wir brütteln und... Warte, farte, das ist ja direkt hier. Ja. Verdammt. So. Was macht die? Hamster? Hm? Wo sind meine Sachen? Ich hab nur eine Spittacke dabei, ne? Weiß ich nicht. Ich war da noch nicht, ich wollte da nicht hinlaufen. Okay, gut. Ähm, brauchst ne neue. What the fuck? Komm zu mir. Wo willst du? Meine Sachen sind weg. War's nicht. Danke. Nicht jetzt. Wer zuerst eine findet, ja? Okay. Oh Mann, oh. Ne, das geht jetzt gar nicht. Also ich geh nur mal runter und hol mir meine Sachen. Hm. La 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 la. Alter, wie groß ist das denn? Das läuft so normalerweise. Oh 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 Mann, Ring Lava jetzt schnell Fuck Oở Oh Lava Wer ist nochmal schlagen Boah so schnell, hab ich ja gar nicht mehr reagieren können jetzt mit der Lava Ist jetzt ess schneller geworden? Ne und cool waren noch mal fackeln im inventar hier komisch ich sehe dich nicht mehr ich bin jetzt unten ich habe was ich habe hier und jetzt gemeinsam ich habe jetzt sind weg Die Schweine haben auch geblendet. Entschuldigung, ich hab einmal rumgelaufen. Oh, sie sind da, sie sind da, sie sind da, ich weiß nicht von wo, aber sie sind da. Sie werden hier nur mal runterkommen, Riko, das weißt du. Da hinten ist es, ich seh's, ich seh's. Es ist da. Wir müssen hier schnell durchlaufen. Ich hab nur keinen Plan, wo's hier lang geht. Ja, lauf. Oh, Schweinchen sind irgendwie ja böse anscheinend. Hier, wir müssen hier hoch. Hier, jetzt sind wir kurz hier runter, hier haben wir kurz zumindest eine Schnaufpause. Ich bin oben. Okay, jetzt muss ich da noch hoch. Ah, hoch! Ach du Scheiße, willst du mich verarschen? Okay. Immer noch so hoch. Das sind zwei Stück, Alter. Fuck off. Wir gehen einfach nicht mehr zurück, okay? Ja. Scheiße, das ist hoch, ey. Warum auch? Ich hab mal drei Herzen. Oh, Seelensand. Wir leben jetzt im Neta, so. Okay. Ah, es kann sein, dass hier Lohn kommen, also ich würd ein bisschen aufpassen. Das was kommt? Autsch. Lohn. Super, wo bist du? Was für Dinge? Ich bin da unten. Gänste, Place. Gänste, Place. Gänste, Place. Achso, ja, Place kenn ich ja. Er war doch eben zu Gast, nein, Spaß. Siehst du mich? Hallo. Warte, komm runter. Also ich, äh, ich brauch diese, diese Zäune brauch ich. Ja, ich hab mir gedacht, ich geh... Warum hast du den da vorne nicht gleich mitgenommen schon? Richtung Kloster. Hm. Sind wir doch irgendwo hier reingekommen? Wo war das denn? Ja, grad auch sind wir reingekommen. Da war doch auch schon ein Zaun. Da sind auch Bildschimponen, ja. Da. Ohne Mist vor die Garst hab ich am meisten Schiss. What the fuck, ich bin da durchgefallen. Ne, ne, da hab ich mir Angst vor den Schweinen. Ich auch. Ja, die Schweine tun einem ja nicht wirklich was. Ja, aber wenn du so doof bist und sie immer haust, wieso ich das immer mache, was machst du da? Ähm, das Schöne ist, wir suchen diese Zeitärzte und sprechen über die Aussehen. Nein, nein, was tust du? Ich muss kaputt. Weiß ich nicht, was machst du da gemacht? Ich hab den Zaun abgebaut. Ja, aber... Was? Die neuen Ärzte, die die Aussehen. Musst du mit einer Spitzhacke machen. Weiß. Weiß. Echt? Cool. Äh, äh, hier, Hammschneider? What the fuck? Ich hab welche. Ich hab welche. Du musst mich immer vorwarten, weil ich... Ich hör die Viecher nicht. Cool. Mein Ton ist ja aus. Wo bist du? Ich bin. Jawohl. Wo ist denn das andere? Da ist es. Und es kommt! Es wird nur noch eins! Okay, es ist nicht die Untekte, wenn man das abbaut, dass die Schweine würde auch rein sind. Das ist, äh... Wo bist du denn du? Schweinchen. Schweinchen, babe. Ich hab welche. Hier, ganz viele. Wo? Ja, bist du in meine Richtung gegangen? Oder in die andere? Ja, ich bin mehr oder weniger. Warte. Oh, da sind oben... Über uns welche. Gehen wir mal zurück, da wo ich dich gesehen hatte. Ja, bin ich. Okay, warte. Ich muss doch mal hinlaufen wieder. Ich bin ein Stück gelaufen schon. Da ist ein... Da sind Gas draußen. Alter. Ich höre nur Gas hier. Oh, 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 oh! Irgendwas hat mich auch gemacht. Lauf! Da, genau. Diko nimmst du euch auch mit auf? Ey, ich nimm schon die ganze Seite auf! Okay. Oh, du weißtminute. Ohhh, das sind doppelt da, bitte! Wir gehen da hoch. Bin fast tot. Ich geh mal kurz abtauchen. Wo tauchst du denn in? Da, so... in so'n Loch. Ja, na, wo ich bald war! Ich hab mich gar nicht mehr mitgelegt. Was von den Zäunen brauchst du so? Ich seh dich Riko, gleich stehen, guck um dich hinter hier Mh, mindestens noch so, ja keine Ahnung 60 hab ich eben verbraucht, also so 60 brauch ich nochmal Mh, komm mal rüber, du bist gut, warte mal Ich hab hier Du kannst nicht lieben, geh schon, komm Also einfach du 30 und nicht 30 Ein Höllenblub, Höllenblub Dann bin ich hier gleich schon fertig Einen Höllen-Schleim Ich hab 18 Genau, äh, Gesundheit, mein ich auch, sorry Äh Da hab ich schon über alles Kraut aus und auch wieder, da ist ein Blaze-Spawner Ach, da hast du dich Dauern wo du durchguckst, den haben wir eingebaut Jetzt ist Blaze auch nicht mehr da, aber schon doch wieder, ne? Also musst du da einmal so Oh, wir haben auch hier einen Höllenschleim. Echt? Egal. Aber ich glaube, der hat gerade Kamikaze gemacht. Nicht Putte machen. Komm wieder raus. Ja, ne, hier sind ganz viele Fancy's. Achso. Oh, 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 ja du Schlau. Ja, warte. Ja, Entschuldigung. Ich baue hinter dir da nochmal zu. Ich bin da nervös, weil da regast die ganze Zeit. Ach, wir stehen neben einem Loser. Also so ist es ja nicht. Guck mal da oben, wo die Lava auskommt. So schaut das aus. Guck mal, hier ist auch welche. Okay, save im Moment. Warum nicht so reinstehen? Ich hab da noch von der Lava. Och. Okay. Wack hier, wack hier, wack hier. Geh dich vor. Naja, ich hab auch so'n 8. Oh klar, da ist noch einer. Da sind die ganze Zeit, da hängt man welches. Über dem Lava. Biss! Ja, gut, dass du mich mitgenommen hast, ne? Ja. Warte, ich muss kurz buddern. Das Kerl scheint nicht so selten zu sein, also... Hast du auch Brot mit? Es ist mehr so'n Eisenerst. Äh, Kekse. Warte, ich geb dir mal ein bisschen Brot, das ist effektiver. Ja, es ist echt viel hier. Da ist Brot. Was macht man damit denn auch? Äh, das sind so, daran liegt ganz so weiße Blöcke machen. Ach cool. Also nur Deko eigentlich. Und Stufen und Treppen und alles. Ich bin nach oben. Wie viel hast du? Da ist so viel. Ich hab 45. Oh, dann geben wir. Also alles voll, ey. Ja. Wenn man so einen Schunk hat, ja? Wait. Da müssen auch noch welche sein, ne? Äh, ja, hab ich. Ja. Warum hast du eigentlich dann ein ganzes seitiger Produkt? Schick doch, wenn du einmal so guckst. Ich wollte sowieso noch ein paar von denen mitnehmen. Von den anderen Glocken. So. Okay. Hier ist nix mehr. Finden wir auch wieder zurück? Nein. Ja, ich weiß, dass es dann geht. Vor allem jeder sagt nein. Bist du sicher, dass das genügt? Ja, sollte. Okay. Oh, das waren aber jetzt viele. Ich hab keine Muffe. Keine was für ein Ding? Keine Muffe, keine Angst. So. Wir können ruhig noch irgendwas farmen. Was möchtest du noch farmen? Keine Ahnung. Wir können doch Netherwarzen noch farmen. Boah, ne. Wir haben noch gar keine. Lass mich an. Ja, dann. Gehts. Suchen wir mal. Ja. Wir müssen aber eine neue Festung suchen, weil hier in der Festung kann ich nicht so sein. Nein. Oh, doch. Ich hab's noch geschafft. Zwei Herzen. Kurz warten. Ja. 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 Wir können ja mal hochgehen und dann können wir uns umgucken. Hier. Plupp. 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 Mach Plupp tot. Hab ich schon. Ähm. Wieso? Die waren doch auch immer hier drin, oder nicht? Ja, ich hab hier aber in dieser Festung noch nichts gefunden. Da drüben sind noch Fancy's übrigens. Oh, schon wieder. Nicht weit von dir, lustigerweise. Ah, da. Stimmt, in die Richtung bin ich noch nicht gegangen. Es sind noch ganz viele. Ich hab ja schon ganz viele gesehen. Okay. Geh mal ein bisschen ausleuchten. Kannst du da ein bisschen umgucken. Finde ich auch ein bisschen Schiss vor den äh... Wente? Hm. Wider Skeletten. Wider Skeletten. Okay. Ich komm mit in ähm Richtung. Oh, darf mal bitte. Was hast du Angst? Wider Skeletten. Bist du zurück, oder bist du weiter geradeaus? Wider geradeaus. Oh, jetzt schießt du auf mich. Weißt du was Wider Skelette sind? Ja, komm mit wo. Nee, ich versteh's nicht, weil in dem Moment immer Ente redet. Wider Skelette. 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 Ja, das habe ich schon. Dieser Bossgegner. Ich hab nach Hause. Welcher Bossgegner?! Willst du schon nach Hause? Dann gibt's Bossgegner? Ja, ich hab jetzt nach Hause. Ja, den Wither. Den kann man spawnen lassen und der ist ganz dolle böse. Widerstand. Dann gibts denn sowas auch hier? Da ist 1.4 Cool. Ja, der Wither! Da kann man so ein schönes Endboss draus machen, ne? Ach ne, und da gibts auch Skelette im Theater. Der Wither ist der Endboss. Die Wither Skelette, das sind die größeren Arten von Skeletten. Ja, und die sind auch ganz tolle böse. Von da schießt Gasp und von da schießt Gasp. Ne, lass mal hier weitergehen. Hier geht's auch nicht weiter. Erstmal da runter, nochmal zurück. Ja, ich muss nur ein bisschen laufen, weil Gasp und mich schießen auch so. So, kick dich. Riko, fall auf, wenn du auf den Heimweg rüfst, da ist ein Garaz, der auf einen spielt. Ja, ich muss erst mal wissen, wo du bist. Und jetzt zurück. Du hättest ja ein bisschen auf mich warten können. Dafür kommst du mit? Ja, ich wollte doch noch ein bisschen Erzabbauern, solange ich noch eine Spitzhacke hab. So, wo bist du? Geh nach dem Heimweg, das war schon. Oh, schon geil. Ungefähr. Du solltest mich erwerben, weil du mal da drüben bist doch irgendwas. Wo denn? Nee, scheiße, das war einfach drüben bist doch. Ich bin die Treppe rum. Ja, und hier musst du lang nach Hause gehen. Hier oben war nix, da hab ich schon geguckt. Ich seh den Garaz nicht, das ist so. Wo ist ne Treppe? 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 Ich ne Treppe, dann komm ich schon mit. Oh nein, ich hab Schiss, ich hab Schiss. Da ist nämlich grad so viel Erz nebeneinander, das kann ich alles mitnehmen. auch auf und ein ganzes eine ganze spitzverkehr magma schleimie putt nur noch voll easy ja aber nicht wenn du sie nicht siehst und ich hörst ja gut wenn ich schon mal hier unten bin warum nicht nur dein verkehr